Ich sollte ihn fotografieren. Ich glaube, da muss ich hin. Ja, da muss ich hin. Ich will mich hier nochmal ein bisschen umgucken. Wir kommen mich auch zuvor, hallo, okay. Wir nehmen einfach mal den Schraubenschlüssel weiterhin. Hä? Was hat gerade uns auf... Was? Was hat gerade auf uns geschossen? Okay, wow. Ist halt doch gerade was auf uns geschossen, oder? Ist hier irgendwas? Nein. So, hier komme ich wieder... Oh. Ist leer, alles klar. Cremefüllung, Kartoffelchips. Okay. So, ich würde jetzt gerne oben nochmal lang gehen. Was hat denn gerade auf uns geschossen, hä? Da könnte ich jetzt auch wieder lang, okay. Oh. Ist hier was? Nein, achso, von hier hätte ich auch die Ere-Spritze bekommen können, ne? Oder holen können, nehmen können. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass hier irgendwie ein paar Gegner kommen, oder so. Das ist eine Medi-Station. Könnte ich mich heilen? Wäre ich aber gerade nicht. Hä? Erst mit dem Stuhl runterkicken. Was ist hier? Hm? Pepperriegel. Okay, ein paar Riegel. Noch mehr essen. Und Zigaretten. Okay. Gucken wir mal weiter. Die andere Seite. Ja, hier hätte ich dann... Ach, ne. Das war auf der anderen Seite, wo ich die Ere-Spritze bekommen habe. Alkohol. Sehr schön. Immer gut. Okay, was haben wir hier? Noch eine Medi-Station. Alles klar. Hier können wir nochmal Zigaretten mitnehmen. MG-Patron. Eine Lagerkiste, die leer ist. Okay, da kommen wir nicht rein. Hier haben wir nichts. Doch, da. Chips. Yeah. Chips sind immer lecker. Oh, meine Stimme. Fällt jetzt schon ein bisschen ab? Nein, eigentlich nicht, aber... Naja. Ähm. Gut, dann würde ich jetzt sagen, gehen wir nach... Hier unten. Jetzt haben wir... Was war mit B, ne? Panzerbrechen. Lull. Äh. Wir haben ja auch noch Panzerbrechen, ne? Ja, genau. Ich printe die ganze Zeit nicht. Achso. Äh, das ist kann ich ein bisschen mit F verheilen, ne? F. Okay, gut. Äh. Die Pistole. Noch eine. Okay. Sechischer Wodka. Äh. Einfach alles essen. Und mitnehmen. Safe. V. Hacken. Oh Gott, ob ich das noch drauf habe? Ich weiß es nicht. Leute. Hm, nach da bitte. Was? Okay, nach unten. Okay. Äh. Ja, nach hier ist gut. Nach dort. Wieder nach unten. Wieder nach da. Und nochmal so. Okay. Oh, ich hab's geschafft. Kontaktminen, MG-Patronen und so weiter. Okay. Äh. Okay. Achso. Herdrücken, genau. Ich muss in der Laden. Äh. Nehmen wir die Shotgun. Ich weiß, warum du gekommen bist, kleine Mütze. Du hast deine eigene Leinwand. Eine, die du mit dem Blut eines Mannes bemalen wirst, den ich einst liebte. Ja, ich werde dich zu Ryan schicken. Doch vorher musst du Teil meines Meisterwerkes werden. Geh in die Vorhalle. Nee, beeile dich. Meine Muse ist ein wankelmütiges Miststück, das ich nicht lange konzentrieren kann. Ich wäre fantastisch in der Rolle. Kommt das von hier? Und wo kommt dieses Gerede? Ich weiß es nicht. Okay, hier ist noch ein Dings. Bin ich hier nicht gerade? Wo kommst du denn her? Muss ich hier hoch? Nein, ne? Erstmal Gitarre spielen. Okay, eine Erwespritze brauche ich nicht. Ach, Rechtsklick war das. Genau, Rechtsklick war das Wechseln der Sachen. Hier haben wir noch eine Juvent. Wärmesuchend. Können wir nicht, okay. Ist da unten was? Nee. Scheint nicht so. Oh, Leute. Sorry, ich wollte sich gerade ein bisschen langsam spielen, aber ich muss hier echt erst mal wieder ins Game reinkommen. Ach genau, da konnten wir Sachen herstellen. Stimmt, 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 stimmt. Da kam ich noch nicht durch, okay. Da komme ich noch nicht durch. Alles klar. Ist der Sicherheits-Bot-Notschalter? Da war noch ein Aufzug, den ich nehmen könnte. Aber ich glaube, ich komme hier nochmal zurück, oder? Ich weiß es nicht. Ich nehme auch mal kurz den Aufzug. Ich bin interessiert, was hier sein könnte. Das ist einfach nur der Aufzug von unten? Ich schätze nicht, oder? Ich weiß nicht, woher mich der Aufzug bringt, Leute. Einfach mal gucken, würde ich sagen. Einfach mal gucken. Hoffen, dass es nichts Schlimmes ist. Ganz schön langsamer Aufzug. Ein ganz schön sehr langsamer Aufzug. Wo bin ich jetzt? Ach, jetzt bin ich wieder hier. Und unten ist noch ein Gegner. Hey. Okay, also ich kann jetzt mit dem Aufzug mal hoch und runter fahren. So wie hier. War der eben auch schon da? Tuch mit Creme-Füllung, Film. Ja, da sind sonst noch andere Angebote, wenn ich ne Hecke, ne? Okay. Äh, kurz dahin. Dann kurz dahin, okay. Noch ein zur Seite. Noch ein zur Seite. Noch ein zur Seite. Oh shit. Ähm. Okay, ist noch einer zur Seite. Der nach oben. Okay. Oh. Meine Mausgeschwindigkeit ist hierfür ein bisschen zu hoch. Oh ne, hat nichts Neues. Echt? Wow. Okay, dann nicht. Höh. Alles klar. So, dann kann ich jetzt... Also hier lang gehen. Seelenruhig. Ach, hier waren wir schon, ne? Stimmt. Hier waren wir schon komplett einmal. Hier ist noch so ein Verkaufsautomaten. Der hat nochmal neue Sachen. Ionischen Schrot. Welch? Jetzt haben wir normalen Schrot. Willkommen im Zirkus der Welt. Aber dafür brauche ich auch nichts, ne? Wir haben ionischen Schrot, haben wir ein bisschen was. Okay, äh, explosiven Schrot meine ich. Okay. Das ist der Ausschalter für die Bots. Das ist der Ausschalter für die Botschaft. Ja, das ist Fitzpatrick, von all seinen Mann und Mängeln befreit. Es gibt glänzende Neuigkeiten. In diesem Moment kann ich es erkennen. Da, an diesem Ort sind drei Männer, alle einstige Schüler von mir, alle verbunden durch ein gemeinsames Band. Betrug. Such sie, Kleidmotte. Und mache ihre Sterblichkeit in meinem Quadrighon unsterblich. Geh! Sobald sie ihre Belohnung erhalten haben, sollst du die deine bekommen. Und Ryan kennenlernen. Okay. Wir haben eine Armbrust. Das ist cool. Wo soll ich jetzt hin? Die Tür zum Poseidon-Plaser steht dir jetzt offen. Kleine Motte. Poseidon-Plaser steht dir jetzt offen. Poseidon-Plaser. Atlas ist ein Freund des Parasiten. Seien Sie kein Freund von Atlas. Was ist, wenn ich... Warte mal. Ich geh jetzt nochmal hier lang. Und den Weg hier hoch. Meint er, hier oben ist die Tür jetzt offen? Nee. Hier oben nicht. Schade. Wo meint er denn, hä? Wo bin ich... Oh, ich bin so langsam irgendwie, habe ich das Gefühl. Ich bin nicht so einfach nur von Dark Souls an das gewöhnt. Das kann alles sein. Der Poseidon-Plaser. Fleet Wall. Ach, da oben. Ah, okay, okay. Da oben ist er. Alles klar. Der Poseidon... Da ist er. Okay. Hä? Was war hier? Eben war noch zu. Hier bräuchte ich also Feuer. Habe ich Feuer dabei? Ich habe Feuer dabei. Leck. Nee, doch nicht. Hä? Du glaubst, du kannst mir hier drin den Rest geben? Du alter Spinner! Die anderen Schwachköpfe, die du in die Gefrierkammer geworfen hast, sind wie die Kaninchen im Hanik ausgebrochen. Ich habe einfach zugesehen und abgewartet. Und als sie langsam eingegangen sind, habe ich angefangen zu suchen. Habe mir einen kleinen Splicer-Cocktail gemixt. Was? Wenn du nicht aus der Kälte raus kannst, musst du dein Herz in Eis einpacken. Und dann kommt der Eismann, Sanderbaby. Dann kommt irgendwann der verdammte Eismann. Okay, was ist denn mit ihm los? So, einmal kann ich noch, dann muss ich eine Erwespritze nehmen. Stimmt, das macht er automatisch, alles klar. Okay. Ich schmelze hier einfach alles weg, Leute, ne? Ich hoffe, das ist okay für euch. Kann ich hier irgendwann... Ne, ist auch nichts Wichtiges zu wegschmelzen, glaube ich. Da könnte ich normal lang müssen. Deswegen gehe ich erst mal hier den Weg. Er ist mal kaputt, da unten. Kein Bock, dass die... hier, hier... schmelzen. Feuer. Feuer. Das ist eine Hilfstation. Und noch Armbrust, okay. Wanns... Hä? Ich schätze, der alte Kauz hat sich endlich entschlossen, jemanden hier zu schicken. Ich schätze, der alte Kauz hat sich endlich entschlossen, jemanden hier zu schicken. Ich habe eine ganz besondere Pose für dich ausgewählt. Wo bin ich denn... Hä? Okay, Leute, ich bin gerade ein wenig verwirrt. Sollen wir etwa zu einer Eisstatue werden? Das geht echt nicht... Das geht echt nicht... Klar. Das dauert so lange. Okay. Oh, brennt das jetzt? Autohäcker aufnehmen. Okay, Moment, dann sonst nicht mal ein Medikit, weil wir kriegen hier ein neues, ne? Erstmal alles. Okay. Erstmal alles aufschmelzen hier. Okay. Das habe ich auch noch nicht aufgeschmolzen. Geht das auf? Oh ja. Äh, da oben? Noch irgendwo? Wie gesagt, ich will alles hier... ...entschmelzen. Entschmelzen. Entfrieren. Okay, der ist dort? Ich fühle mich so voll wie ein schwangeres Weib. Alles klar. Äh. Okay. Hä? Ich bin... Was? Wer war das? Ja. Jetzt setze das Bild in den Rahmen ein. Mal sehen, was wir da haben. Mach ich gleich gerne. Aber erst mal will ich nur hier hin. Irgendwelche komischen Geräusche. Alles klar, ich dachte gerade, hä? Oh, Kacke. Unverkackt, ne? Ja, verkackt. Nein. Nie. Sicherheits-Bots sind kacke. Ich muss schnell zurück. Denn dort war ein Ausschalter irgendwo. Ich weiß nur nicht mehr genau, wo. Hier unten. Aber der kostet was, ne? Okay. Die könnte ich jetzt hacken. Will ich aber nicht. Ha. Oh, dieses Hacken ist manchmal... Wo kommt ihr denn her? Ne, ne, ne. Keine Zeit. Ich muss hacken. Okay, nach oben. Äh. Zur Seite, bitte. Zur Seite. Zur Seite. Ich brauche einen, der nach oben geht. Danke. Alter. Dahin. Zur Seite. Shit. Shit, ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Ich hab keinen mehr. Doch hier. Oh. Oh. Ha. Not even close. Ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt.